die also wenn du willst kannst mir noch zu kommen und kann es auch zocken Prozent ich starte es nicht gerade mein neues Projekt was sie überraschen nun legen auf den klänzend lassen sollen und es aus es gibt nur die zwei Motorhauben ich hoffe dass ich das hinkriege einigermaßen das war eine Vorlage wieder rausholen ich habe noch mehrere Projekte so viel wie ich Bock drauf habe jetzt kommt den ist es kommt glaube ich das Schwierigste den ich je gemacht habe wenn ich ihn finde was er denn da ist so 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 wie das nicht hin so 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 selber gemacht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Mama, schau mal den Laster an. Mama, schau mal den Laster an. Hier kommt gleich Erde rein. Hät der rote Kreiskörter zu hören. Aber warte mal. Nein. 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 Okay. 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 Mama. Look, they hang on their back here. Mama. Mm hmm? Mami, wo kann ich parken? Ich weiß es nicht. Mami? Mami? Oh, du kommst noch nicht drauf. Mama! Mama, du musst fahren da. Okay. Die Geweißen oder wie? Ich dachte, ich weiß. Aber ich muss nicht verdorben. Naja, ich will was machen. Ich will einfach, dass es auf der gleichen Ebene ungefähr sitzt, weißt du? Nein. Äh, Mama? Mama, jetzt musst du sagen, jetzt geht's. Das geht hier leicht raus, okay. Okay. Ja. Nein, die weißen Striche kommen nachher wieder weg. Ach so. Nee. Wäre nicht die Haare. Ich muss ein bisschen rauskommen. Ein bisschen raus. Vielen Dank. 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 Sorry. Bye. Bye. Aha. Bye. 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 gut No money 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 No 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 No